Dominic und Sarah Harrison erwarten bereits sehnsüchtig ihr drittes Kind und können es kaum noch erwarten, bis es da ist. Und wie sie das Kind zur Welt bringt, hat Sarah sich auch schon überlegt. Mit bereits zwei Kindern an ihrer Seite geht Sarah komplett in ihrer Mutterrolle auf und freut sich bereits wahnsinnig darauf, auch noch das dritte Kind endlich in den Armen halten zu dürfen. Und wie sie es zur Welt bringt, hat sie sich bereits auch für eine ihr vertraute Methode entschieden. Wie auch bei ihren anderen beiden Kindern möchte sie auch dieses Mal das Kind per Kaiserschnitt gebären. Für sie ist es nämlich eine sichere und unkomplizierte Methode, mit der sie bereits schon zweimal gute Erfahrungen gemacht hat. Außerdem ist ihr das Risiko zu hoch, dass bei der klassischen Geburt Komplikationen auftreten könnten. Ebenso ist sie sich auch sicher, dass sie selbst nach dem dritten Kind auf eine Sterilisation verzichten möchte. Denn für Sarah ist es etwas Wundervolles, ein Kind zu gebären, und vielleicht entscheiden sich die Harrisons sogar für weitere Kinder. Immerhin leben sie auch auf einem großen Grundstück in Dubai und es würde sich somit sogar sehr gut anbieten. Was meint ihr? Seid ihr schon gespannt darauf, ob eventuell sogar ein viertes Kind irgendwann folgen wird?